Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir mit Blender ein Intro erstellen. Wenn du vielleicht für YouTube oder dein eigenes Unternehmen ein Intro brauchst, dann gerne dranbleiben. Wir machen das Ganze in Blender 4. Es wird alles kostenlos sein und das Intro kann nachher auch jederzeit angepasst werden. Das heißt, man kann ganz einfach zum Beispiel das Logo austauschen, dann die Animation neu rendern. Das Rendern wird innerhalb von ein paar Minuten geschehen sein. Das wird alles mit Eevee gemacht. Man braucht keine aufwändige Hardware dafür. Und ich würde sagen, wir legen los. So, wir sind hier, wie gesagt, in Blender 4. Ich werde hier die Sonne einfach mal auswählen und mit Entfernen löschen. Die brauchen wir nicht. Dann werden wir mit Shift A eine Plane hinzufügen und die größer machen. Das wird dann der Boden für den Raum. Und anschließend können wir hier ganz einfach für die Taste 2, Kantenselektion, die Kanten auswählen. Extrudieren mit der Taste E auf Z. Und das Ganze hier, sagen wir einfach mal, auf 4 Meter erhöhen. Das heißt, die Taste 4 drücken und dann werden die 4 Meter ausgeführt. So, die Ansicht hier ist leicht schräg, am Anfang immer bei Blender. Deswegen auf den Num-Tasten die Taste 1 drücken. Dann wird die Kamera einmal gerade gerichtet und ab dann sollte das Ganze besser aussehen. Als nächstes Taste 3, um die Flächen zu selektieren. Wir befinden uns hier übrigens, weil ich das vorhin gerade nicht gesagt habe, im Edit-Modus. Den kann man hier oben festlegen. Edit-Modus, Object-Modus ist am Anfang. Mit der Taste Tabulator kann man hier immer hin und her gehen. Wir bearbeiten jetzt gerade das Objekt drinnen, innerhalb des Objekts. Deswegen sind wir im Edit-Modus und haben die Tabulator-Taste gedrückt. So, weiter mit Shift-D diese Fläche selektieren. Auf Z und hier nach oben. So, jetzt haben wir hier einen geschlossenen Raum. Gehen wir raus mit der Tabulator-Taste. Als nächstes möchte ich hier diesen Cube bearbeiten. Dafür GZ, den einmal nach oben bewegen, rein in den Edit-Modus. Und jetzt hier möchte ich den etwas skalieren. Skalieren, Shift-Z, um die Z-Achse zu sperren und einfach nur die anderen Achsen zu benutzen. Die Fläche auswählen. Holen wir uns hier die Pfeile dazu. Dann ist das Ganze noch übersichtlicher. Und ich werde das hier so machen. Dann einmal nach oben die Fläche und die untere Fläche, die nach unten. Wir brauchen hier einfach mehr Platz jetzt zum Agieren. So, hier auch die Pfeile dazu holen im Objekt-Modus. Dann werden wir das Ganze ein bisschen nach hinten versetzen, ein bisschen drehen. RZ. Und jetzt werden wir das Ganze vervielfältigen. Dafür gehen wir einmal in die Top-Ansicht hier oben. Dann werden wir das Ganze mit Shift-D hier rotieren. Also duplizieren und dann rotieren. Shift-D, rotieren. Dann hier alle drei auswählen. Shift-D, duplizieren. Wieder ein bisschen rotieren. Ich gehe davon aus, dass nachher die Kamera hier ungefähr in dem Bereich sein wird. Die Kamera wird dann in die Richtung schauen und wird nachher das Logo anzeigen. Und dafür brauchen wir jetzt hier diese Cubes, wo das Ganze angestrahlt, hingestrahlt wird. Und deswegen muss ich hier in Sichtlinien natürlich diese Cubes verteilen. Und nehme hier eine etwas andere Auswahl. Shift-D. So, wir können nachher dann natürlich auch noch einige von denen löschen. Dann möchte ich das Ganze noch etwas querbeet rotieren. Das heißt, ich kann hier mit einem Rahmen einfach alle auswählen. Gehe dann in die Einzelansicht mit der Quer-Strich-Taste oder Slash-Taste auf den Num-Tasten. Und jetzt wähle ich mir eines aus. Kann dann hier oben Proportional Editing aktivieren. Dadurch werden mehrere Sachen dann bewegt oder rotiert. Und hier gehe ich dann auf Random. Und jetzt rotieren. Dann das Ganze ein bisschen aufdrehen. Und jetzt kann ich hier immer wieder rotieren. Rotieren, bestätigen. Rotieren, bestätigen. Dadurch wird das Ganze willkürlicher. Das natürlich hier ein bisschen in sämtliche Achsen. Und dadurch bekomme ich jetzt hier so ein Kauderwäsch zusammen. Die hier vorne werde ich wahrscheinlich gleich mal löschen. Die hier vielleicht auch. So, dass das Ganze ein bisschen luftiger aussieht. Nachher kann man dann das Muster noch mal ein bisschen schließen, wenn das dann zu viel ist. Okay, jetzt würde ich hier alle auswählen. Und die möchte ich zusammenfügen. Allerdings braucht man dafür immer ein Hauptobjekt. Ich habe jetzt aber alles abgewählt. Wähle wieder alles aus. Dadurch gibt es kein Hauptobjekt, sondern einfach nur eine Ansammlung von Objekten. Dafür wähle ich mir hier irgendeines aus. Und jetzt habe ich ein aktives Objekt. Und dann kann ich strgj drücken. Und kann alles miteinander vereinen. So, wieder raus aus der Einzelansicht. Und jetzt, wenn wir uns hier eine Kameraposition aussuchen. Und dann strg alt 0 drücken, um die Kamera dort hinzusetzen. So, Kamera auswählen. Rxx. Etwas an der lokalen x-Achse damit bewegen. Rotieren z. Hier noch ein bisschen nachkorrigieren. Okay, und ich sehe hinten fehlt mir noch ein bisschen was. Deswegen werde ich hier bei den Cubes reingehen. Werde mir dann diesen hier auswählen. Mit der Taste L. Dass die ganze Selektion ausgewählt wird. Shift D, um zu duplizieren. Und dann Shift X, um alle Achsen zu bewegen. Außer die Shift-Achse. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und wir sehen das hier. Können wir Shift-Taste dazu halten. Dann wird das Ganze langsamer. Da so ungefähr hin. Und hier hinten den nehme ich auch noch. Und dupliziere den. Und setze den da ungefähr hin. Das Ganze kann aber nachschrecklich immer noch angepasst werden. Und das ist wirklich gar kein Problem. Gut, wir haben also jetzt eine Kameraposition. Wir haben die Cubes. Und wir haben einen Background. Bei dem Background werden wir einen Modifier hinzufügen, um die Kanten abzurunden. Das heißt hier auf Generate einen Bevel. Und den mit den Segmenten ruhig auf 6 Segmente raufgehen. Und die Abrundung so ungefähr. Rechtsklick auf das Objekt. Shade Autos Move. Und jetzt werden wir als nächstes die Materialien vergeben. Dafür gehe ich hier in den Materialen Modus. Und mache mir hier unten einen Shader Editor auf. So und ich werde hier einmal einen kleinen Split aufmachen. Weil es da in der Kamera sitzt, dass ich da vernünftig hinkomme. Okay, hier für dieses Objekt ausgewählt ist es ein neues Material. Wir können das Ganze hier benennen Base. Und Weiß ist für mich und für sich okay. Kann man sich hier eine Farbe aussuchen? Kein Thema. Ich würde hier Weiß beibehalten. Kommen wir jetzt zu den Blockern hier. Zu den Cubes. Auch hier brauchen wir Material. Es ist ja schon eins standardmäßig von Blender erzeugt worden. Das können wir so belassen. Ich könnte das hier in Logo umbenennen. So, jetzt möchte ich hier eine Textur hinzufügen. Nämlich das entsprechende Logo. Dafür hier Shift A, Textur, Image Textur und dann auf Open die entsprechende Textur reinladen. So, ich habe das jetzt gemacht und kann mir jetzt hier die Farbe anzeigen lassen, indem ich die Color in die Base Color reinmache. So, das sieht jetzt nicht so aus, wie man das unbedingt haben möchte, weil die Abwicklung nicht stimmt. Wir müssen allerdings für den Effekt, den ich vorhabe, nicht abwickeln. Das Ganze soll nämlich von der Kamera aus projiziert werden. Und dafür gibt es auch einen Modifier. Und wir gehen dafür hier zu den Modifiers wieder und gehen bei Edit auf UV Project. Okay. Jetzt sagen wir, das Ganze soll von der Kamera aus projiziert werden. Und wir sehen schon, da tut sich was. So, sieht aber noch nicht ganz so gut aus. Wir sehen jetzt bereits das Material, die Textur, die eben hier herangestrahlt wird. Allerdings ist Blender da ein bisschen eigen und Blender möchte wissen, welches Verhältnis hat die Textur. Das muss hier eingegeben werden. Die Aspekt, Aspekt X und Y. Und da gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Grundsätzlich wird das Ganze einfach durcheinander dividiert. Das heißt, ich kann das Verhältnis angeben oder die Resolution, also die Auflösung. Also kann ich zum Beispiel sagen, 1900 irgendwas mal 1080 oder so. Ich kann aber hier auch einfach eingeben, weil ich es bei meinem Logo weiß. 16 zu 9. Okay, jetzt sieht das Ganze schon passrechter aus. Jetzt ist das Ganze aber noch hier ein bisschen geknittert. Und das ist auch eine eigene Sache bei Blender, dass Blender für die Abwicklung, um eine Textur gut darstellen zu können, manchmal mehr Unterteilungen haben möchte. Und dafür können wir auch einen Trick verwenden. Wir gehen auf Generate und können hier einen Subdivision Surface hinzufügen. Wenn man bei Blender ab und zu was macht, dann lernt man vor dem Subdivision ein bisschen Respekt zu haben. Allerdings, wir können ihn hier auf Simple stellen. Dann müssen keine Kanten abgerundet werden und gar nichts. Und gehen hier rauf auf 4 oder 5. Und das wird den Computer nicht belasten. Trotzdem ist jetzt hier alles weiter unterteilt und wir sehen, das sieht jetzt hier wesentlich cleaner aus. Und wenn wir jetzt hier mal uns lang drehen, dann sehen wir, das passt schon ganz gut. Gehen wir hier mit der Taste 0 mal in die Kamera und wir sehen, das passt perfekt. Okay, das ist der ganze Trick dabei. Gut, das heißt, wir können von hier ungefähr irgendwo eine Kameraperspektive beginnen und können dann die Kamera hier rumfliegen lassen. Aktuell ist der Hintergrund von diesen Blockern aber immer noch schwarz. Das soll nicht unbedingt sein. Und, was auch noch ist, hier oben wird das Ganze wiederholt. Und je nachdem, was ihr für eine Bilddatei verwendet, wollt ihr das vielleicht nicht. Und dafür kann man hier bei der Textur von Repeat auf Clip stellen. Dann wird das Ganze nicht mehr wiederholt. So, dann möchten wir es nicht schwarz haben. Schwarz ist es deswegen, weil dieses Logo im Hintergrund einfach nur Alpha hat. Also durchsichtig ist. Ein PNG. Und der Alpha-Wert, der wird auch hier tatsächlich angezeigt. Das nutzen wir. Das heißt, wir fügen hinzu mit Shift A einmal einen Color Mix, setzen dort unsere Hintergrundfarbe fest. Für mich weiß. Die Farbe der Textur kommt dann in den Eingang B. Zum Abmischen das Ganze, wo weiß hin soll und wo das Logo hin soll, nehmen wir dann eben den Alpha-Wert. Das Ergebnis kommt dann in die Base Color. Und jetzt ist es so, wie es sein soll. Okay. Schauen wir hier nochmal das Muster an. Ich würde hier ganz gern noch einige Ergänzungen vornehmen. Das hier einmal kopieren und etwas rüber setzen. Hier vielleicht dieses Stück etwas nach vorne bewegen. Und dieses Stück vielleicht ein bisschen weiter rüber. Schauen wir hier mal in den Rendered-Modus. Das sieht jetzt hier alles ein bisschen grau in grau aus. Das heißt, wir brauchen zuerst eine Beleuchtung. Und in unserem Fall hier werden wir ein Spotlight nehmen. Und ich werde, um das richtig positionieren zu können, werde ich jetzt hier den 3D-Cursor hinsetzen zur Kamera. Das heißt, ich wähle die Kamera aus und halte dann Shift S gedrückt und sage Cursor to Selected. Also Cursor zum Selektierten. Und jetzt können wir hier zum Cursor hinzufügen ein Light, ein Spotlight. Das kann ich jetzt hier drehen, wie ich es in etwa brauche. Rotieren, Set. Dass das Logo direkt angestrahlt wird. Und ich setze das noch ein Stück nach hinten. Und habe jetzt hier eine Beleuchtungsquelle. Die Beleuchtungsquelle jetzt aktuell ist nicht sehr stark. Wir haben den Spot selektiert und haben deswegen hier jetzt Auswahlmöglichkeiten für den Spot. Und ich setze das jetzt hier mal auf 1000 bei Power. So, das reicht immer noch nicht aus. Gehen wir auf 4000. Okay, besser. Das passt mir soweit. Die Kanten sind relativ scharf. Deswegen werde ich hier den Radius der Lampe etwas größer setzen. Und schaue hier vielleicht auch, wie groß ist der Radius. Der optische Indikator ist recht praktisch. Wir könnten auch hier das Ganze festhalten. Und jetzt eben so in der Größe bewegen. Okay, aber so sieht das ganz gut aus. Der Schatten selbst ist nicht sehr dunkel. Das kann in den Umwelteinstellungen angepasst werden, indem man die grundsätzliche Farbe einfach auf schwarz setzt. So, sieht immer noch nicht sehr sexy aus. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Beleuchtung. Zum einen können wir den Spot noch etwas größer machen. Das wäre dann hier die Size, also die Größe. Okay. Und dann werde ich den nehmen, werde den kopieren. Dann gleich die Taste Y drücken, damit das auf der Y-Achse weiter rüberkommt. Rotieren auf Z. Dann haben wir jetzt hier quasi einen zweiten Spot. Und dem werden wir dann zum Beispiel ein rötlicheres Licht geben. Und vielleicht hier den Blendwert noch etwas draufsetzen. Dann das Ganze hier nochmal gruppieren. Shift-D, Shift-Z, rotieren, Z. Und dann geben wir dem hier einen bläulichen Stich. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Der Hintergrund hier ist immer noch sehr schwarz. Das sieht auch nicht so toll aus. Das hat den Grund, dass Eevee kein indirektes Lighting kann. Das heißt, der Spot sendet Licht aus. Und dieses Licht wird normalerweise reflektiert. Sehr diffus natürlich, weil es ein stumpfes Material ist aktuell. Aber selbst das kann Eevee nicht darstellen. Und deswegen werden wir ein Irridiumste Volume hinzufügen. Ich setze hier wieder mit Shift und rechter Maustaste den Cursor hin. Dann Shift-A, Light Probe und ein Irridiumste Volume. Und das werde ich jetzt hier, ich gehe mal in die normale Ansicht hier, etwas größer skalieren. So, sodass wir hier die Decke gerade so berühren. Dann skalieren, Shift-Z, um das Ganze breiter zu machen. Noch etwas rübersetzen. So ungefähr. Und jetzt werde ich hier noch Punkte hinzufügen. Diese Punkte kann man sich so vorstellen, dass bei jedem einzelnen Punkt nachher die Lichtstärke gemessen wird. Und dieser Punkt bekommt dann einen bestimmten Wert, je nachdem wie hell der ist. Und alle Objekte, die nachher bei diesem Punkt liegen oder in der Mitte von diesem Punkt, werden dann dementsprechend heller oder dunkler gemacht. Ist ein ganz witziger Effekt. Problem ist nur, wenn wir einen Punkt haben, der hier direkt in so einem Blocker drin sitzt, dann wird er relativ dunkel strahlen. Und das sieht meistens nicht gut aus. In dem Fall jetzt hier würde ich ganz einfach bei Light Probe Einstellungen hier die Resolution erhöhen. Und je nachdem, wie lange man warten möchte, beim Backen gleich, kann man hier ruhig ein bisschen höher gehen. Ungefähr das hier. Sollte kein Problem sein. Das könnte jetzt ungefähr 5 Minuten dauern zum Backen. So, ich habe das jetzt hier eingestellt. Gehe dann bei den Rändereinstellungen auf Indirect Lighting und sage dann Bake Indirect Lighting. So, und wir sehen, das geht relativ zügig bei mir. So, ich habe jetzt aber auch nicht einen wahnsinnig schnellen Prozessor. Also von daher sollte das bei den meisten ungefähr so schnell funktionieren. So, das Ganze ist fertiggestellt. Wir schauen uns das an im Rendern. Und wir sehen, jetzt ist das Ganze hier wesentlich weicher. Und wir haben hier wirklich keine schwarzen Stellen mehr. Ich werde die Taste H drücken, um das Iridienst Volume zu verstecken, damit das uns nicht hier im Weg umgeht. Und wir sehen, das sieht jetzt schon ganz cool aus. Okay, super. Als nächstes werden wir die Kamerafahrt animieren. Aktuell haben wir unsere Kamera hier. Die Kamera wäre jetzt hier nicht nur zum Rendern da, sondern gleichzeitig strahlt sie auch noch das Logo an diese Wände indirekt. Das heißt, wenn wir jetzt die Kamera nehmen und diese animieren, dann würde hier das Logo ständig mitgehen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, das heißt, wir werden diese Kamera hier stehen lassen und werden eine zweite Kamera benutzen, um die Animation letztendlich zu rendern. Das heißt, diese Kamera will ich jetzt auswählen. Dann Shift-D, um sie zu duplizieren. Die ist jetzt selektiert nach der Duplikation oder nach der Duplizierung. Und jetzt sage ich Rechtsklick und sage Set Active Camera. Und jetzt ist das, diese kopierte Kamera, die wir hier sehen, Kamera 001, ist jetzt unsere aktive Renderkamera. Aktuell ist es im Blender so, wenn ich aus der Kamera rausgehe, dass ich hier nicht mehr zoomen kann. Keine Ahnung, was da los ist. Ich gehe allerdings davon aus, dass es dann in den kommenden Versionen dann gefixt wird. Kann man einfach rausgehen, ein anderes Objekt auswählen und dann die Komma-Taste im NumPad. Dann wird das Ganze auf die Ansicht gesoomt, auf das Objekt, was gerade selektiert wurde. Gut, wir haben eine Renderkamera und wir möchten diese Kamera jetzt bewegen. Und zwar möchte ich da eine kreisrunde Bewegung machen. Das ist das Einfachste. So, je nachdem kann man das natürlich an seine Bedürfnisse anpassen. Ich werde jetzt dafür, um diesen Kamerapfad zu animieren, eine Curve hinzufügen. Und zwar hier bei Curves und dann auf Path. So, dann das Ganze hier rauf. Dann gehen wir hier gerade mal in die Solid-Ansicht, dann sehen wir das ein bisschen besser. Rotieren Set. Hier so rumdrehen, dann gehen wir rein. Und jetzt werde ich hier diese ganzen Zwischenstücke, die werde ich löschen. Ctrl-X. So, und der Punkt hier, der soll zur Kamera. Wie bekomme ich den zur Kamera? Nun, am besten, indem ich hier die Kamera auswähle. Sage dann Shift-S, Cursor to Selected. Dann gehe ich zum Pfad rein, wähle hier diesen Punkt aus. Sage dann Shift-S, Selection to Cursor. So, der Startpunkt, den werde ich G-Shift-Z hier irgendwo setzen. Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Okay. Und ich möchte das Ganze natürlich anhand einer Kurve haben. Das heißt, ich wähle jetzt alles aus. Rechtsklick, Subdivide. Jetzt kann ich mir diesen Punkt greifen und ich nehme die Pfeile dazu. Kann den hier jetzt rausziehen. Jetzt ist das Ganze relativ eckig. Irgendwann hat Blender diese Path geändert, was mir auch nicht so gut gefällt, ehrlich gesagt. Ich gehe mal raus in den Object-Modus wieder und werde jetzt hier bei den Einstellungen zu Curve nachschauen, wo wir das verändern können. Geometrie, Active Spline war es gewesen. Und hier bei Order U können wir einfach raufgehen und dann wird das sofort wieder wie eine Kaufsicherheit zu verhalten hat. So, das Ganze ist mir noch nicht rund genug. Deswegen werde ich das hier noch weiter rausziehen. Okay. Super. Und jetzt muss die Kamera anhand dieses Pfads animiert werden. Wir können dafür die Kamera auswählen. Dann einen Constraint, also auch eine Art Modifier, aktivieren. Und zwar nehmen wir dafür den Follow Path. Der Follow Path will ein Target haben. Wo soll ich entlang folgen? Nehmen wir hier die Pipette vom Target und geben das auf die Curve. So. Jetzt hat er hier was gemacht. Wir können hier Offset hin und her setzen und wir sehen, da passiert was. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, wir haben die Kamera, wir haben eine Bezugslinie und der zeigt auf die Curve. Normalerweise würde die Kamera jetzt eben sich an diesem Punkt befinden. Das tut sie aber nicht. Also setzen wir hier den Offset auf 0. Wir sehen, dann sind wir hier am Ende der Curve. Wir müssen die Kamera jetzt irgendwie richtig hinbekommen auf die Curve. Und dafür Shift-S, wir sagen aber nicht Keep Offset, sondern Selected Selection to Cursor. So, jetzt ist es wieder da hinten. Wenn wir das Ganze allerdings jetzt hier hinbewegen, dann sehen wir, funktioniert das. Keine Ahnung, was bei Blender da jetzt los ist. Momentan. Wir müssen ganz einfach hier die Kamera zu unserem Punkt manuell hinbewegen. Okay, das passt. Wenn wir jetzt hier Offset bewegen, dann sehen wir, die Kamera folgt der Curve. So, Offset wieder auf 0. Die Kamera soll jetzt immer zum Mittelpunkt hinzeigen. Und dafür werde ich jetzt hier einfach mal einen Mittelpunkt mir raussuchen, den ich haben möchte. Hier setze ich mal den Cursor hin. Und sage dann Shift-A und füge einen Empty hinzu. Okay. Und auf das Empty soll immer geschaut werden. Vielleicht ist hier ein Kreuz bei diesen ganzen Sachen nicht optimal. Wir können hier bei den Einstellungen von den Empty einen anderen visuellen Effekt hinzufügen. Wir nehmen hier mal eine Sphere. Die gefällt mir besser. Ein bisschen kleiner. So. Und jetzt sagen wir, die Kamera, unsere Kamera, die soll immer auf dieses Empty hinschauen. Dafür gibt es auch wieder einen Constraint. Und zwar gehen wir hier auf Constraints. Und hier wird sehr oft verwendet der Track2 Constraint. Allerdings hat der das Problem, dass wir nachher die Kamera nicht drehen können. Werdet ihr gleich sehen. Deswegen nehmen wir den Damped Track. Der ist viel cooler für sowas. Und okay, was ist das Ziel? Wo soll hingeschaut werden auf das Empty? Sieht ein bisschen komisch aus. Auf welche Achse? Welche Achse? Wird gefragt. Welche Achse soll auf dieses Empty hinschauen? Und das ist bei der Kamera immer Z-, also minus Z. So. Jetzt passt das. Und hier können wir jetzt auch die Kamera etwas drehen. Wir können hier einfach R drücken und dann das Ganze rotieren. So. Was wir beim Track2 nicht könnten. Beim Track2 ist immer komplett horizontale Linie. Und wir wollen aber gleich die Kamera auch drehen. Und dafür ist das super. So. Dann werden wir hier eine Timeline aufmachen. Und wir müssen jetzt ja das Ganze noch animieren. Diesen Flug. Ich möchte, dass das Ganze ungefähr bei Frame 160 zum Stillstand kommt. Und hier ist was, was man bei Animationen sehr oft macht, dass man das Ganze nicht vorwärts denkt, sondern rückwärts. Das heißt, ich habe jetzt hier meine bereits fertige Position, die ich nachher erreichen möchte. Und mit der fange ich an und werde dann quasi rückwärts animieren. So. Kamera ausgewählt. Der entsprechende Follow Path Constraint. Hier haben wir ja gesagt, hier können wir das Ganze bewegen. Deswegen Offset 0. Und hier können wir einen Keyframe setzen. Jetzt gehen wir auf Frame 0. Und schauen hier. Setzen ungefähr minus 100 müsste das sein. Als Startpunkt fest. Und setzen hier auch einen Keyframe. Und jetzt funktioniert das Ganze bereits. So. Was ich jetzt hier auch machen möchte, ist, dass ich die Drehung Hier ungefähr möchte ich, dass die Kamera wieder auf Höhe 0 ist. Das heißt, ich setze hier einen I, einen Keyframe mit der Taste I, auf der Rotation. So. Dann gehen wir am Anfang. Hier ungefähr möchte ich eine Drehung haben. Ich werde dafür hier mal in die Kameraansicht wechseln. Und drehe jetzt hier das Ganze. So. I, Rotation. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze hier läuft. Jetzt wird die Rotation wieder zurückgesetzt. Und wir überdrehen sogar ein bisschen. Das sieht recht witzig aus. Das hatte ich im vorherigen Versuch nicht gehabt. Ist aber kein Problem. Wir werden das sicherlich beheben können. Wir haben jetzt die Kamera ausgewählt. Und werden uns dafür die quasi grafische Analyse im Graph Editor anschauen. Und zwar haben wir hier einmal die Kamera und dann die entsprechenden Keyframes dazu. Ich gehe jetzt hier auf den Object Track, also Object Transforms, genau. So. Und schauen wir die hier an. Und wir suchen wahrscheinlich die Y. Und das ist recht spannend, dass hier alle Rotationen angezeigt werden. So. Eigentlich brauchen wir nur die Rotationen von der Y-Achse. So. Das heißt, wir werden die X diese löschen. Die Late Keyframes. Dann von Z auch löschen. Und wir schauen nochmal rein. Okay. Wir müssen jetzt hier lediglich den von der Y-Achse neu setzen. Timeline. Also nicht durcheinander kommen. Wir haben jetzt hier auf diesem, in diesem Frame, 145, die Rotation drin. Und wir sagen jetzt R, Y, Y, damit wir die lokale Y haben. Und drehen die jetzt hier auf Gerade. Sagen I. Und hier gibt es jetzt neu Available. Schauen wir uns das Ganze im Graphen an. Wir haben jetzt hier für Y einen neuen Keyframe gesetzt. Wir haben wahrscheinlich auch einen auf Offset Follow Path gesetzt. Weil der war auch erreichbar als Keyframe. Das heißt, es gibt eine neue Funktion. Wenn ihr I drückt, gibt es jetzt eben auch, dass man Keyframes Available setzen kann. Das heißt, für alle Funktionen, die Location, Rotation oder Scale oder was auch immer animiert wurde, die bekommen dann einen Keyframe, wenn man auf Available geht. Das heißt, Available heißt einfach nur, welche sind erreichbar. Also wofür sind schon Keyframes gesetzt? Und dafür wird dann ein Keyframe gesetzt. So, wir brauchen den einen aber nicht. Den habe ich jetzt hier selektiert. Drücke die Taste X und sage Delayed Keyframe. Okay. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen. Jetzt passt das Ganze. Gott sei Dank. Okay. Was ich allerdings auch möchte, ist, ich möchte hier, dass zum Schluss das Ganze wesentlich schneller gerade wird. Deswegen werde ich hier die Rotation auswählen. Und werde jetzt hier im letzten Keyframe, wir haben hier solche Handles, die kann man bewegen. Und man kann ja auch einfach die Taste S drücken. Und dann werde ich den weiter rausziehen, damit am Anfang die Rotation stärker wird und zum Schluss ausschleicht. Weil der Schluss, den möchte ich dann so ein bisschen ruhiger halten, dass er in die ruhige Position kommt. Okay. Genau das Gleiche wird dann eben auch mit diesem Follow Path Offset. Ihr erinnert euch, Follow Path Offset, das war hier dieser Constraint, der uns die Kamerabewegung in der Kurve animiert. Das soll am Anfang stark sein. Das kann relativ stark beginnen. Das heißt, hier kann ich sagen, skalieren und das Ganze relativ weit nach unten setzen. Und den hier wähle ich aus. Und sage ich hier skalieren. Weil hier möchte ich genau das Gegenteil. Ich möchte, dass er zum Schluss immer ruhiger wird. Schauen wir uns das Ganze an. So, die Rotation gefällt mir hier tatsächlich dann doch nicht ganz. Rotation auswählen. Und das Ganze vielleicht ein bisschen seichter. Und die Rotation soll sofort beginnen. G, X. Ich kann das hier wirklich auch den ganzen Keyframe bewegen. Und das Ganze so entsprechend modifizieren. So, zu guter Letzt würde ich hier die Rotation nochmal anpassen müssen. Weil wir sehen, dass hier die Kameras nicht ganz übereinstimmen. Es muss hier noch etwas gedreht werden. Rotieren. Okay. Und dann E-Only Selected Channels. Der soll neu gesetzt werden. Der Keyframe. Und jetzt passt das. So, schauen wir uns das Ganze mal im Rendert an. Wir beginnen hier. Und gehen hier raus. Sehr schön. So, wenn ich mir den Start ansehe. Der gefällt mir als Position nicht ganz so gut. Das heißt, ich kann mir hier die Curve nehmen. Das hat jetzt das Praktische. Und kann jetzt hier noch etwas rüberziehen. G, X, Y. So. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Dann wollen wir als nächstes noch etwas Unschärfe hinzufügen. Zum einen werden wir natürlich Motion Blur aktivieren. Aber zum anderen möchte ich auch, dass bei diesen Ansichten ein Fokus auf ein Objekt ist und der Rest davon und danach soll unscharf werden. Und als Fokus Objekt würde sich hier eigentlich dieses Empty relativ gut machen. Das heißt, ich wähle die Kamera aus. Gehen wir mal in die Kamera. Kameraeinstellungen. Deft of Field aktivieren. Das ist genau das, was wir brauchen. Und hier als Fokus Objekt nehmen wir das Empty. Und jetzt werde ich hier den F-Stop weiter runterziehen, um die Unschärfe zu erhöhen. Ich möchte das hier tatsächlich relativ aggressiv haben. So ungefähr. Und vielleicht könnten wir von unseren Blockern hier auch noch die Kanten etwas abrunden. Dafür Modifier. Wir fügen hier einen Bevel hinzu und setzen da die Segmente rauf. Und hier sehen wir jetzt, wie das Ganze abgerundet wird. Das gefällt mir ganz gut. Was man hier eventuell noch machen kann, ist auch, dass man für die Kamera den F-Stop aktiviert, ähm, animiert. Dass man den F-Stop animiert. Das ist möglich auf jeden Fall. Gut, als nächstes. Wir haben jetzt quasi das Meister schon erledigt. Aber zum Schluss soll natürlich noch das Logo im Hintergrund komplett weiß werden. Und das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir fügen hinzu, im, also wir schauen uns den Shader Editor an und das Logo Material. Und was wir jetzt durch die Kamera sehen. Wir sehen das Logo und wir sehen hier, ich sage mal, Schatten, Schattierungen, direktes Licht, indirektes Licht. Und diese Sachen sind Sachen, die vom Principled BSDF erzeugt werden. Der kümmert sich um die Schatten und um die Oberflächeneigenschaften. Und jetzt möchten wir quasi die Oberflächeneigenschaften loswerden und nunmehr das Logo sehen. Und das können wir machen, indem wir das Ganze, indem wir den Principled BSDF ausschalten. Am Anfang brauchen wir aber den Principled BSDF nachher nicht mehr. Deswegen müssen wir das Ganze abmischen. Und einen Shader kann man abmischen, indem man beim Shader, also Shift-A, Shader einen Mix-Shader nimmt. Und was der Mix-Shader auch kann, ist, er kann auch normale Farben dazu mischen oder umswitchen. Das heißt, wir haben hier einmal unser Result. Das ist ja unsere Farbe und unsere Background-Color. Und dieses führen wir dann hier in den oberen Shader ein und können jetzt hier zwischen Shader und zwischen Oberflächeneigenschaften, also zwischen Bild- und zwischen Oberflächeneigenschaften, hin und her switchen. Was ich jetzt hier noch sehe, ist, dass der, dass in diesem Beispiel, wie ich es jetzt mache, der Hintergrund mehr zu sehen ist. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich könnte für den Hintergrund dasselbe Material nehmen und ich mache das mal. Ich wähle jetzt hier den Hintergrund aus und gebe dem auch unser Logo-Material. Das funktioniert jetzt allerdings nicht, weil der den Modifier nicht drauf hat. Und ich könnte ganz einfach hier, ich kann das manuell machen. Also hier das Ganze auswählen, Modifier, wir haben hier ein Bevel drauf, Edit, UV-Project, eine ganz gute Wiederholungsmaßnahme, dann müssen wir hier einfach nur eine UV-Map auswählen, gehen dann, Object, also von wo aus soll das Ganze projiziert werden, von unserer normalen Kamera. Was ist das Seitenverhältnis? 16 zu 9. Und schon ist das Ganze fertig. Wenn wir jetzt so durch unsere Kamera schauen, dann, wir sehen, das passt hier nicht ganz. Das ist relativ spannend. Seht ihr das, ne? Hier mal so, dann sehen wir das ein bisschen besser. Hinten, das passt nicht. Und das wird jetzt wieder die Unterteilung sein. Deswegen nehmen wir hier wieder einen Subdivision Surface hinzu, der das Problem beheben wird. Allerdings kommt der aktuell nach dem UV-Project. Das heißt, zuerst wird gebevelt, also die Kanten werden abgerundet. Dann wird das Bild projiziert und dann kommt die Unterteilung. Das heißt, die Unterteilung muss zumindestens eins raufrutschen. Ich würde sogar sagen, wir machen es ganz nach oben, damit es erst unterteilt wird. Und jetzt setzen wir hier auch die Unterteilung, gehen wir auf 4 einfach. Und jetzt sehen wir, passt das hinten auch. Okay, das ist ein ganz wichtiger Trick. Jetzt bin ich gespannt. Wir gehen jetzt hier in die Timeline und schauen uns das jetzt hier an. Warte, wir müssen das noch animieren. Nochmal. Wir müssen jetzt hier beim Shader, wir schauen uns das an. Gehen wir hier auf 0 und jetzt passt das. Gehört noch ein bisschen gedreht, die Kamera, glaube ich. Aber jetzt können wir das hier stufenlos machen. Und wir sehen, im Hintergrund ist es ein bisschen unscharf. Das ist wegen dem F-Stop der Kamera. Aber jetzt können wir das hier hin und her switchen. Okay, wie möchten wir das Ganze machen? Wir machen einmal eine Timeline auf. Wir möchten das ja animieren. So. Das heißt, hier am Anfang, vom Anfang bis hierher, bis hierher würde ich sagen, wollen wir den Shader, also den Principled BSDF haben. Das heißt, der Mix Faktor 1. Das heißt, hier reinhalten auf den Faktor und die Taste I drücken. Dann gehen wir weiter. Und ab hier ungefähr würde ich sagen, 180. Wenn wir das Ganze dann auf 0 setzen und dann Taste I. und jetzt, wenn wir das Ganze hier mal abspielen. Perfekt. So, hier möchte ich das Bild noch etwas ausrichten. Ich kann das machen, indem ich unsere Projektionskamera auswähle. Hier steht Kamera. Ausgewählt haben wir sie auch. Und wir können das jetzt hier einfach drehen. Rotieren drücken. So, okay. Und die Kamera könnte mir noch etwas ausrichten, indem wir einfach unser Empty nehmen und das etwas nach oben oder unten bewegen. Allerdings dreht sich das Ganze hier ein bisschen. Von daher würde ich einfach wieder die Projektionskamera auswählen. R, X, X. Mit R, X, X kann man quasi das Bild nach oben und unten drehen. So, so passt mir das. Und was jetzt auch noch im letzten Touch gut wäre, wäre hier sehen wir es das Ganze geblurrt. Das ist deswegen, weil wir dort weiter hinten sind. Das ist total witzig, der Effekt. Und deswegen werden wir dafür einfach die Unschärfe animieren. Das heißt, wir gehen in unsere Animationskamera. Kameraeinstellungen. Und hier haben wir Deft of Field. Also die Unschärfe, Tiefenunschärfe. Und wir gehen vielleicht von hier. Setzen wir bei dem F-Stop einen Keyframe auf die 0,3. Gehen dann etwas weiter. Hier würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen mit der Unschärfe. Je nachdem, wie groß das wirken soll. So, jetzt, wenn wir so eine starke Unschärfe drin haben, wirkt das Ganze kleiner. Je nachdem, wie man das möchte, muss man dazu sagen eben. In dem Fall würde ich sagen, mache ich es mal so. Vielleicht hier so hin. 0,1. Keyframe setzen. Und jetzt gehen wir hier zum Ende hin. Hier vielleicht. Und gehen dann rauf mit den F-Stops, damit der Hintergrund auch scharf wird. Und setzen hier ein Keyframe. Perfekt. So lange kann das Ganze dauern. Setzen wir hier Endframe 100 oder 220. Jetzt hier mal die Anzeigen ausschalten. Animation zurück spulen. Und abspielen. So. Wenn ich den Untergrund hier nicht haben möchte, kann ich auch einfach alles wieder einblenden. Die Blocker selektieren. Den Hintergrund selektieren. Edit Modus. Also Tab-Taste. Alles auswählen. Skalieren. Set. Und ziehe das Ganze einfach noch weiter in die Länge quasi. So. Dann wieder rein in den Object Modus. Okay. Das geht. Das funktioniert. Nur ist im Hintergrund jetzt das Ganze ein bisschen schwarz geworden. Und das liegt daran, dass dort das Irridianced Volume nicht gebacken wurde. Und dafür jetzt hier das Irridianced Volume, was sich hier hinter mir befindet. Da rechts aktivieren wieder, dass wir es sehen. Dann wählen wir es an. Skalieren. Set. Um das Ganze größer zu machen. So. Einfach schauen, dass da alle Bereiche drin sind. Dann Rendereinstellungen. Und hier Bake Indirect Lighting. Und jetzt lassen wir das Ganze noch einmal durchrendern. Ihr seht eh, das geht total schnell. Und während das Ganze backt, ist das Ganze an und für sich auch schon fertig für das finale Rendering. Wir werden uns dafür gleich noch die Rendereinstellung anschauen. So. Einmal nochmal kurz prüfen. Animation zurück. Perfekt. Hier hat es jetzt gerade kurz ausgesetzt, weil er ganz einfach wieder das laden muss, dass er den Shader rausnimmt. Das ist ein interner Prozess bei Blender. Gut. Rendereinstellungen. Eevee ist eingestellt. Render kann man hier 64 lassen. Kann man auch hochdrehen. Wird deswegen nicht wesentlich länger dauern. Das Sampling. Das geht alles sehr schnell. Ambient Occlusion kann man auch hinzufügen. Dann Blum kann man hinzufügen. Allerdings sehen wir hier, das Ganze wird jetzt etwas schwächer. Dann müsste man den Blum anpassen. Dann kann man dafür den Threshold draufsetzen. Oder den Radius weiter runtersetzen. Die Intensity runternehmen. Blum brauche ich jetzt an und für sicher nicht. Reflections brauchen wir auch nicht. Motion Blur brauchen wir. So. Und damit ist das Ganze quasi schon fertig. Final kann man hier auch noch, wenn man möchte, Color Management anpassen. Ist hier standardmäßig AGX eingestellt seit Blender 4. Kann man dann hier oftmals noch zum Beispiel Punchy verwenden. Mal schauen, ob das hier etwas bringt. Schlecht ist es nicht. Müssen wir hier die Exposure ein bisschen draufsetzen. So ungefähr. Aber final kann man das Ganze natürlich dann noch zum Beispiel in DaVinci Resolve abmischen. Okay. Wo soll das Ganze hingespeichert werden? Dafür jetzt hier bei den Szene-Einstellungen. Das Ganze ist jetzt hier eingestellt auf Full HD. Könnte man locker in 4K rendern. Machen wir es einfach. Ich kann hier die Prozent auf 200% setzen. Das ist dasselbe, wie wenn ich 4K einstelle. Ich kann aber auch hier Voreinstellungen laden und dann auf 4K das hier einstellen. Dann ist das auch normales 4K. So, die Szenenlänge ist 1 bis 220. Das sind die Frames, die gerendert werden. Und dann kann ich mir hier noch einen Ordner aussuchen. So, ich werde das Ganze in diesen Ordner reinladen. Also rausrendern. Format. Das Ganze geht unglaublich schnell zu rendern. Also hier werde ich wahrscheinlich einfach FF-MPEG nehmen. Und dann bei Encoding kann ich hier auch auf Preset klicken. H.264 in MP4. Einfach draufklicken und dann ist das geschehen. Und schon ist das Ganze fertig. Wird jetzt als Video rausgerendert und geht total schnell. Das werden wir machen. So, das heißt hier werde ich mal alles Mögliche ein bisschen kleiner und größer machen. Kann hier in die normale Solid-Ansicht gehen und sage hier einfach mal Render Image. So, und 4K hat jetzt doch 2 Sekunden gedauert. Spannend. Und ich werde jetzt hier sagen Render Animation. Und jetzt wird das Video rausgerendert und wird in den entsprechenden Ordner ausgelagert, den ich dafür festgesetzt habe. So, das Ganze sind jetzt 2 Sekunden ungefähr pro Frame. Allerdings habe ich noch Aufnahmesoftware und alles offen. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Es wird eher schneller tendenziell. 2 Sekunden 20, 2 Sekunden 14, 2 Sekunden 11. Wird immer schneller mit jedem Mal. Und wenn das Ganze durchgerendert ist, ihr seht, das geht total schnell. Innerhalb von ein paar Minuten ist das erledigt. Dann sehen wir uns wieder. So, das Ganze ist jetzt fertig. Das heißt, ich kann das jetzt hier schließen. Hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Also, kein Problem, denke ich. Und bevor wir uns das Ganze gleich noch in Resolve anschauen, möchte ich hier euch noch ganz kurz zeigen, wie man das Ganze austauschen. Und zwar das Logo. Sagen wir mal, vielleicht, man möchte das Ganze als Template nutzen und möchte dort ein anderes Logo reinsetzen. Man muss jetzt hier nicht die ganze Arbeit nochmal machen, sondern man nimmt sich ganz einfach ein anderes Alpha-Logo. So, und dafür habe ich jetzt hier mal mein altes Logo rausgesucht. Das ist das. Ich habe das jetzt hier in Affinity Photo, in welcher 2D-Bearbeitungssoftware auch immer, reingeladen, um das zu zeigen. Und das werden wir jetzt nutzen. Das heißt, rein in Blender, dann unsere Blocker auswählen, wo wir das Material haben und die entsprechende Textur öffnen. Aber hier ist das Seitenverhältnis anders. Das heißt, man müsste hier zum entsprechenden Modifier gehen. UV-Project. Und hier das Ganze auf 1,1 setzen. So, jetzt passt das. Im Hintergrund, also im Hintergrund haben wir die Wand. Hier muss das Ganze auch nochmal angepasst werden. Wieder auf 1,1. Jetzt passt das. Und dann schauen wir uns jetzt hier die Animation an. Machen wir hier eine Timeline auf. So, das Bild ist jetzt etwas zu groß, deswegen werde ich das kleiner skalieren. Dafür vor der Textur hinzufügen, einmal Input Texture-Koordinaten. Und dann hinzufügen Vector-Mapping. Dann UV. Machen wir es hier ein bisschen größer. UV in Vektor. Und Vektor in Vektor. Und jetzt können wir das hier kleiner skalieren. So. Und die Position etwas anpassen. So. Errendert an sich. So. Hier fangen wir an. Funktioniert genauso. Und das meine ich, das kann man quasi für alle möglichen Logos verwenden. Oder für Texte, es ist eigentlich egal. Wenn man diesen Effekt haben möchte, und das hat natürlich auch eine Möglichkeit, ein Intro zu gestalten, dann kann man hier das Ganze als Template rausfahren und ständig wieder neu verwenden für irgendein anderes Logo. So. Wir gehen jetzt nochmal kurz in DaVinci Resolve. Das ist ein kostenloses Schnittprogramm. Man kann auch eine Studio-Version kaufen um 300 Euro. Aber das Ganze geht dem auch kostenlos. So. Dann werde ich hier auf Editing gehen und dann hier die entsprechende Animation reinziehen. Und jetzt kann ich hier auf die Color-Page gehen. Und kann man hier das Ganze raussuchen, wann ungefähr. Hier möchte ich jetzt vielleicht die Kontraste bearbeiten. Kann das Ganze hier raufziehen. Vielleicht hier noch ein bisschen runter, um das Ganze kontrastreicher zu gestalten. Ja. Okay. Und in der Edit-Page kann ich natürlich hier unten dann auch entsprechend Soundeffekte beim Audio reinmachen. und dann kann ich das Ganze hier beim Output rausrendern in zum Beispiel QuickTime oder MP4, wie auch immer, welche Qualitätsstufe, dann to Render Query. Muss dann sagen, wo soll das Ganze abgespeichert werden und kann das dann Render All klicken und dann ist das fertig. Und dann kann ich das jederzeit für jedes Video verwenden und habe dann quasi mein eigenes Intro. Ihr habt gesehen, das Ganze kann man glaube ich relativ leicht nachmachen. Man kann das Logo jederzeit austauschen, solange das, wenn das einmal vorgefertigt ist, dann geht das quasi für alle Logos und das ist eine sehr einfache Methode, hier ein eigenes Intro zu gestalten. Wenn man dann auch einen Soundeffekt hinzufügen will, dann müsste man schauen. Soundeffekte, es gibt auf freesound.com gibt es freie Sounds. Ansonsten würde ich euch grundsätzlich für sowas empfehlen, wenn ihr das Intro mehrfach verwenden wollt, kauft euch vielleicht irgendwo ein Soundpaket, wo ihr keine Abo-Kosten oder irgend sowas habt. Es gibt verschiedene Modelle für Sounds und Musik. Es gibt Sachen, dass man halt ein Abo hat und dort eben dabei bleiben muss quasi. Ansonsten gibt es bestimmte Restriktionen. Was es auch gibt, es gibt Abo-Modelle, wo man das quasi für immer behalten kann. Aber dann muss man es für jedes Projekt neu lizenzieren. Ich finde da die bezahlten Soundpakete am besten, weil dann gehört das mir und dann ist das fertig. Gut, ansonsten, ich werde euch die passenden Links dafür reinsetzen, für Blender 4, für DaVinci Resolve. Dann könnt ihr euch das runterladen, könnt das nachmachen und dann könnt ihr euch dort euer eigenes Intro erstellen. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren stellen. Ansonsten, Discord-Kanal bin ich auch immer erreichbar. Link dafür auch in der Beschreibung. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.